Und was glauben Sie, was die Presse und der Verein dazu sagen, wenn Sie erfahren, dass Ihr wichtigster Spieler spielsüchtig ist? Also LaVille. Und aus einer sicheren Quelle weiß ich auch, dass Ihr Verein Ihren Vertrag nicht verlängern wird. Jetzt schauen Sie doch nicht so. Das kann nicht sein, jeder weiß, was ich kann. Aber Sie sind so verletzungsanfällig. Wenn Sie immer fehlen, bringen Sie der Mannschaft nichts. Aber ich will Ihnen helfen, dass mit der ersten Liga der Traum nicht wahr werden wird. Sie wandern in die dritte Liga ab. Ja, und wobei wollen Sie mir helfen? Ich helfe Ihnen dabei, Ihre Schulden loszuwerden. Und noch was dazu zu verdienen. Was soll ich dafür tun? Ich wette 500.000 Euro darauf, dass Eure Mannschaft am Wochenende verliert. Und Du sollst mir dabei helfen. Vielleicht einen Elfmeter provozieren oder einen Fehlpass. Bei einer Quote von 4,1 sind das über 2 Millionen Euro. 250.000 Euro gehören alleine Ihnen. Und Sie stellen sich das Ganze zu einfach vor. Was ist, wenn das rauskommt? Ach was, das ist ein Derby. Die Emotionen kochen hoch. Es geht um den Abstieg. Sie treffen aus Versehen anstatt den Ball den Fuß. Wer soll Ihnen das nachweisen? Überlegen Sie sich das noch einmal, ja? Und rufen mich dann an. Rufen im Vielen Dank.